Die Autos, die Autos, unsere Freunde, die Autos. Sie bringen uns fern, wir fahren damit gern, die Autos sind der Hit. Die Autos, die Autos, die großen und die kleinen Autos. Sie fahren und sie brummen, keine Zeit zum Schummern, sie helfen uns viel mit. Helferautos Oje, es regnet in Strömen und windig ist es auch. Hoffentlich kommt der Autotransporter nicht in Schwierigkeiten. Ah, ein Tornado. Haltet euch fest, kleine Autos. Auweia. Der Sturm hat sich wieder gelegt, aber den Autos geht's gar nicht gut. Eins hat sein Rad verloren, ein anderes seine Nummer. Und das blaue Auto ist verkratzt. Das rote Auto hat kein Fahrgestell mehr. Und der Autotransporter ist umgekippt. Wir brauchen mehrere Helferautos. Jeder Abschleppwagen bekommt eine andere Farbe, so wie die kleinen Autos. Ein roter Abschleppwagen. Ein grüner Abschleppwagen. Und welche Farben bekommen diese Fahrzeuge? Blau, orange und lila. Die fünf Abschleppwagen sind bereit für den Einsatz. Sie werden die kleinen Autos in die Werkstatt bringen. Die Abschleppwagen sind am Unfallort. Der Kranwagen ist auch schon da. Er hat dem Autotransporter wieder auf die Räder geholfen. Jetzt heben wir jedes Auto auf den Abschleppwagen, der dieselbe Farbe wie das Auto hat. Das grüne Auto kommt auf den grünen Abschleppwagen. Das rote Auto kommt auf den roten. Das blaue auf den blauen. Das lila-Auto auf den lilafarbenen Abschleppwagen. Und das orangefarbene Auto wird vom orangefarbenen Abschleppwagen in die Werkstatt gebracht. Da kommen sie! Rein mit euch! Die Reparaturarbeiten können beginnen. Was brauchen wir? Einen Reifen. Hier haben wir einen. Die Nummer des grünen Autos ist abgefallen. Welches ist die Nummer? Na das! Dem orangefarbenen Auto fehlt ein Rad. Welches sollen wir nehmen? Das rechts. Drei der Autos sind repariert. Der Autotransporter lässt seine Plattform runter. Rauf mit euch! Das ist die Karosserie des roten Autos. Wir müssen sie auf das Fahrgestell setzen. Fertig! So gut wie neu! Der Lack des blauen Autos ist verkratzt. Das muss übermalt werden. Dazu brauchen wir blaue Farbe und einen Pinsel. Wusch, wusch, wusch. Wusch! Der Kratzer ist nicht mehr zu sehen. Das rote und das blaue Auto fahren auf die Plattform des Autotransporters. Er wird die kleinen Autos zur Autoshow bringen. Und die Helferautos fahren wieder in ihre Garagen. Morgen warten sicher wieder neue Einsätze auf sie. Bis dahin können sie sich ausruhen. Helferautos Helferautos Horte name WoНе Hahn Drei Drei Deu государ Drei Drei Vielen Dank.